Ich hab gesagt, wir sind doch fünft im Prozess. Ich hoffe, dein Kerl bringt mir ein vernünftiger Statement. Ich muss das echt verdammt auflassen. Was tust du doch immer. Lass mal nicht frech werden. Diese Stützpunkte werden auch immer lausiger. Demnächst werfen sie uns mitten im Pazifik auf einer Insel ab. Schätzchen, wir sind im Pazifik auf einer Insel. Wie seh ich aus? Wie Shelley Winters. Geht's noch billiger? Total egal. Das sind Matrosen. Die freuen sich schon, wenn sie den Rock mit Dauer wenden. Sag ich ja. Pure Verschwendung. Dafür schießen sie nicht auf uns. Aber ihre Waffen könnten sie schon auf uns richten. Das ist doch Misato. Misato? Nicht! Was? Sie ist unsere Freundin. Ja, das hilft dir aber nicht, wenn du das hier so rausposaunst. Du kannst auch nicht zulassen, dass sie sie internieren. Das tue ich auch noch. Ich kenne da diesen OSS-Offizier, der für solche Überführungen zuständig ist. Dein Date übrigens. Alles klar. Der wird die Nacht seines Lebens haben. Und Misato verlässt die Insel nicht. Ein braver Soldat. Na, da ist er schon. Der sieht ja drollig aus. Ja, übertreib's nicht. Wir brauchen ihn noch. Wir brauchen ihn noch. Wir brauchen ihn noch mit demem